Hallo Sammelfreunde, herzlich willkommen zum vierten Türchen des Mappen-Update-Adventskalenders, heute mit den Premier League Adrenalin XL 2020-21 Trading Cards von Panini. Damit begrüße ich euch zu diesem neuen Collectors-Video und gleichzeitig dem vierten Türchen des Mappen-Update-Adventskalenders, in der wir uns heute mal der Kollektion zur inzwischen bedeutendsten Vereinsliga der Welt widmen wollen, der englischen Premier League. Das Ganze ähnlich wie bei der Match-Attack-Kollektion, die wir uns gestern bereits angeschaut haben, zu einem außerordentlich frühen Zeitpunkt erschienen, nämlich bereits Mitte August, also gerade mal knapp zwei Wochen nach Beendigung der letztjährigen Saison und somit noch deutlich vor Start der aktuellen. Was natürlich dazu führt, dass viele Wechsel nicht berücksichtigt sind. Was man aber jetzt Ende November dann mit der Premier League Adrenalin XL Plus-Erweiterung versucht hat, entsprechend zu korrigieren, die bisher leider noch nicht in Deutschland erhältlich, kommt aber in den nächsten Tagen sicherlich auch noch in den Panini-Shop. Und spätestens dann werden wir sie uns natürlich hier auf dem Kanal auch noch anschauen. Apropos Panini-Shop, wer die Kollektion noch nicht sammelt und noch eine Beschäftigung für die Weihnachtsfeiertage sucht, Der Panini-Online-Shop hat gerade aktuell zu den Premier League-Kollektionen attraktive Bundles geschnürt, die nochmal deutlich im Preis reduziert sind und mit denen sich somit einiges im Vergleich zum Einzelkauf der Produkte sparen lässt. Das als Infoblog vorneweg. Jetzt wollen wir uns aber die Kollektion anschauen. Mit Kevin De Bruyne, Virgil van Dijk, Marcus Rashford und Holmik Son vorne auf dem Cover. Für alle, denen die vier nicht gefallen, hat Panini in die diesjährige Ausgabe ein Wechselcover eingebaut. Ihr seht es auf der linken Seite, das lässt sich also umdrehen. Und wie wir es von Panini inzwischen kennen, beginnt die Sammelmappe mit den wertvollsten Karten dieser Kollektion, den Golden Baller Cards. Acht Stück gibt es davon, ergänzt um die Invincible Card, die ihr hier bereits in der Mitte sehen könnt. Zwei Stück fehlen noch, es ist also noch ein bisschen was zu tun. Seht ihr auch, wenn wir zum ersten Team wechseln und das ist der Meister mit dem FC Liverpool. Was mir persönlich besonders gut gefällt, dass die Kollektion nach der Abschlusstabelle der vergangenen Saison sortiert ist. Somit hat man nicht immer die gleiche stupide Reihenfolge in der Sammelmappe, sondern das variiert in jedem Jahr. Vorausgesetzt natürlich die Abschlusstabelle verändert sich auch entsprechend. So ihr seht es, bei Liverpool fehlt mir noch eine Karte. Dann haben wir das erste komplette Team mit Manchester City. Dann kommt der Stadtrivale, Manchester United. Auch hier fehlt noch eine Karte. Und ihr seht es vom grundsätzlichen Aufbau, links oben das Wappen, rechts unten eine Line-Up-Karte. Und dazwischen 16 Base Cards des jeweiligen Teams, wie hier vom FC Chelsea. Auch hier fehlt noch eine Karte. Dann wieder ein komplettes Team mit Tottenham. Danach erfolgt Arsenal. Auch hier noch eine Lücke. Und dann lässt er City auch mit einer fehlenden Karte. Während hingegen Wolverhampton wieder komplett ist. Dann haben wir Newcastle United. Auch hier bereits alle Karten vorhanden. Danach erfolgt Everton mit den bisher größten Lücken. Da fehlen noch zwei Karten. Danach der Aufsteiger aus dem Vorjahr mit Sheffield United. Und folgt von Burnley. Da fehlt noch das Line-Up. Dann haben wir Southampton ebenfalls mit noch einer fehlenden Karte. Crystal Palace ist dann wieder komplett. Danach haben wir Brighton in Half Albion. Weil das Sammlermagazin aus dem mit rausnehmen, dann seht ihr auch das komplette Team. Und hier fehlen sogar noch drei Karten. Dann haben wir West Ham United, auch noch nicht ganz vollständig. Gefolgt von Aston Villa, die dann wieder komplett sind. Und dann kommen die drei Aufsteiger mit Leeds United. Auch hier fehlt noch eine Karte. West Bromwich Albion, die sind bereits komplett. Und der letzte Aufsteiger Fullhelm ebenfalls komplett. Und hier sieht man noch mal schön eine Folge des sehr frühen Erscheinungstermins. Die Karten in komplett anderem Look als die bisherige Kollektion. Fällt hier auf dieser Doppelseite nicht ganz so ins Gewicht. Wie nachher bei den Special Cards, da wird man es ein bisschen deutlicher sehen. Und Apropos Special Cards. Die beginnen mit den Top Keepern, bei denen noch zwei Karten fehlen. Bei den Defensive Rock Karten sieht es ein bisschen besser aus. Hier fehlt noch eine Karte. Ich muss sagen, bei den Defensive Rock Karten gefällt mir der Hintergrund außerordentlich gut. Ähnlich wie bei den folgenden Kategorien. Den Game Breakern und den Diamond Karten, die beide bereits komplett sind. Dann folgen neun Lightning Karten. Hier fehlt auch noch die erste. Und dann kommen wir zum etwas größeren Block der Hero Karten. Auch die haben in der Gestaltung nochmal einen deutlichen Schritt nach vorne gemacht, wie ich finde. Besonders gelungen, das hier so im Hintergrund leicht angedeutete Vereinslogo wirkt sehr edel auf diesem silbernen Hintergrund. Und ihr seht es, hier fehlt noch eine Karte und hier unten kann man ganz gut erkennen, die zwei Fullhem Karten, die sich dann optisch doch sehr von den anderen unterscheiden und nicht so wirklich zu einem harmonischen Gesamtbild beitragen. Gleiches gilt für die Elite Karten, was ihr dann gleich sehen werdet und das sicherlich neben den Golden Ballern die Kategorie, die am schwierigsten zu kompletieren ist. Seht ihr auch deutlich an den noch fehlenden Karten, allein auf dieser Doppelseite fehlen noch fünf Stück und hier auf der dritten Seite fehlen ebenfalls nochmal zwei. Also da ist noch einiges zu tun und auch hier sieht man wieder ganz schön den Unterschied zwischen den Fullhem und den anderen Karten der Kollektion. So, dann kommen die Limited Edition Cards, die ich in diese Mappe genau in die gleiche Reihenfolge, wie die Vereine zuvor einsortiert habe. Heißt also, zunächst kommen die drei Limited Editions von Liverpool. Von den drei Manchester City Limited Editions haben es bisher zwei in die Mappe geschafft. Von den Manchester United Limited Editions dagegen wieder drei. Zwei von Chelsea, Harry Kane von Tottenham, Tierney und Pepe von Arsenal. Und dann haben wir noch Sigurdsson, Richarlison und Oliver McBurney von Sheffield. Das sind so die Limited Editions, an die man noch einigermaßen einfach hier in Deutschland drankommen konnte. Bei denen, die beispielsweise in den englischen Zeitschriften erscheinen, ist das Ganze schon ein bisschen schwieriger. Und von einigen, nämlich zum Beispiel denen, die es im englischen Panini Online Shop gibt, sind die deutschen Sammler ja komplett ausgeschlossen. Das ist natürlich ein bisschen schade, dass der deutsche Panini Online Shop da nicht entsprechende Alternativen für die Sammler hierzulande bietet, sodass auch diese eine Chance haben, alle Limited Edition Cards dieser Kollektion kompletieren zu können. Ja, das also meine bisher gesammelten Limited Editions. Und zum Abschluss dieser Kollektion möchte ich euch natürlich zwei besonders schöne und begehrte Stücke der Limited Editions zeigen, die man aus den Multipacks ziehen konnte. Denn neben den normalen Limited Edition Cards konnte man ja da auch die sogenannte Signature Edition finden. Und da haben wir zum einen die Signature Limited Edition von Sergio Aguero von Manchester City. Und zum anderen die vielleicht noch etwas begehrtere Signature Limited Edition von Mason Greenwood von Manchester United. Das sind also zwei besonders schöne Stücke, die diese Kollektion noch ergänzen. Und damit habt ihr alles gesehen, was ich bisher zu dieser Premier League Adrenalin XL 2020-21 Kollektion von Panini gesammelt habe. Zum Abschluss des Videos interessiert mich natürlich noch, ob ihr die Kollektion auch sammelt. Und wenn ja, natürlich auch, wie weit ihr schon mit eurer Sammlung gekommen seid. All das und eure Eindrücke von dieser Kollektion zur höchsten englischen Spielklasse. Schreibt gerne unten in die Kommentare. Ich freue mich da auf euer Feedback. Genauso wie über ein Däumchen nach oben für dieses Video. Und dann sehen wir uns spätestens zum morgigen Mappen-Update Adventskalender-Türchen wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss.